hallo und herzlich willkommen bei nerdcom ich bin der gary und heute geht es wieder mal um das hier ich meinte natürlich das hier dass der raspberry über eine micro sd karte bootet das sollte ja jedem bekannt sein aber wie sieht das ganze mit einer ssd platte aus oder gar mit usb kann er darüber booten und wie verhält er sich ich habe den raspberry jetzt gestartet und zwar über micro sd karte also so wie man es eigentlich vorgesehen hat ja und die frage ist natürlich kann er booten das kann ich gleich verraten ja er bootet natürlich über ssd und auch usb raspberry 4 können das schon alle die frage ist halt nur wie schnell ist das dann bringt es etwas hat man irgendwie geschwindigkeitsvorteile dann im täglichen arbeiten damit herumspielen was man halt auch immer macht ja das ist die große frage und ich werde jetzt den raspberry als nächstes über eine ssd platte starten das ist eine 60 gigabyte hat das reicht ich habe schon noch mit der ein terabyte auch versucht ja das geht natürlich auch aber dazu muss man speziell formatieren also bis gleich hier kleiner schnitt wir starten gleich ja leute weil ich gerade viel zu faul bin ja hat die sd karte wo einzubauen da nehme ich ganz einfach das hier also wundert euch jetzt nicht so der raspberry ist jetzt wieder hochgefahren und zwar über die ssd festplatte seht das funktioniert die ssd platte seht ihr aber nicht im bild leute weil das kabel und zwar das stromkabel weil das muss ich an strom auch anschließend etwas zu kurz ist und ja heute da hätte ich jetzt aufstehen müssen und dann hätte ich ein verlängerungs kabel holen müssen und ja ich war einfach zu folge zu aber wie ihr seht ja es funktioniert ja das ganze fühlt sich auch etwas schneller an das öffnen von programmen hier wird jetzt ein bisschen länger brauchen also nämlich so wenn man den browser das erste mal öffnet hat dann brauchte ein bisschen länger und es ist schon schneller gegangen und ihr könnt sich ja vorstellen ich habe das system nur installiert und die updates gemacht und mehr halt nicht ja werde da nicht 15 systeme einrichten ja wie man halt sieht ja funktionieren tut es wunderbar in manchen foren habe ich gelesen dass es noch probleme macht konnte ich jetzt nicht feststellen ich habe mich da schon eine zeitlang gespielt und ja ich hatte keine schwierigkeiten also es ist eigentlich super gelaufen und ich würde sogar sagen ja gefühlt fühlt sie sich doch etwas schneller an das ganze also man hat schon den eindruck dass das irgendwie ja um die spur schneller läuft also wie gesagt funktionieren tut es aber bitte aufpassen er nimmt nicht zu große festplatten die müsst ihr nämlich dann anders formatieren weil da gibt es probleme und respiri anscheinend ich weiß es nicht genau weil ich das noch nie so genau getestet habe hat aber mit zu großen platten also bootplatten anscheinend auch ein bisschen probleme also lieber eine kleinere nehmen und halt noch eine massenspeicher dazu anschließen wenn man wirklich so viel braucht so und jetzt wollen wir das ganze wieder abstecken das heißt ich werde den respiri zuerst mal herunterfahren und dann gucken wir uns das ganze über usb an der respiri ist jetzt wieder hochgefahren und zwar über usb stick habe ihn hinten ein bisschen so auf den monitor gelegt damit ein bisschen nach vorne kippt dann seht ihr auch zwischen den kabeln den usb stick über den er gerade hochgefahren ist auch das funktioniert habe ich schon mehrfach probiert er hat keine probleme gemacht wir können mal gucken ja wie öffnen sich fenster und so auch das geht relativ flott würde vielleicht auch sagen mal spurschneller als die micro sd es ist so ja wir haben ja da schon messungen gemacht also das heißt ich habe welche gemacht und auch android nation von unseren discord server auf auch der hat gemessen also micro sd kommen wir beide so zwischen 22 und 23 mbit pro sekunde obwohl die ja was da jetzt drin ist das ist eine die wieder 120 mbit pro sekunde schaffen aber das kriegt anscheinend der respire nicht hin und android nation hat das auch noch gemessen auf seinen respire mit usb da kommt er auf 43 megabit pro sekunde also doch kann man fast sagen und das doppelte schneller allerdings gefühlt würde ich sagen im laufenden betrieb ja so wie sich die fenster öffnen und alles ist es wohl nicht um das doppelte schneller also es ist klar dass eine sind theoretische messwerte das andere nicht und ja der ganze respire ist halt dann auch nicht so schnell das darf man auch nicht vergessen aber ich würde trotzdem sagen gefühlt geht es über ssd und usb ja doch etwas schneller allerdings ja ob man da jetzt einen usb anschluss dafür verschwenden will das muss dann im endeffekt jeder für sich selber wissen funktionieren tut der respire 400 da braucht man auch nichts mehr einstellen oder verändern in der firmware erkannt eben von haus aus ja also soviel dazu ich dachte ja weil ich mich da mal gespielt habe ja muss ich euch das mal zeigen ob es geht wenn man noch aktuell so in den vorn guckt ja findet man noch ein bisschen wenig darüber oder oft dass es noch problem behaftet ist was ich nicht feststellen konnte was aber nicht heißt dass es auf lange sicht nicht so sein kann ja also wenn man lange damit arbeitet und darum eben dieses video da mit ihr das mal sehen könnt ja das klappt alles wie gesagt wie es macht das muss müsst ihr dann für euch selber entscheiden ich mache es weiterhin über mikro sd wobei es so ist ich habe am usb-stick das noch immer oben da wird es auch oben bleiben weil ich möchte ja viele dinge probieren und die probiere ich eben von dort aus damit ich wenn ich was falsch mache und das ganze system geht den bach runter ja dann nicht dauernd das system neu aufsetzen muss dann hoffe ich ja dieses kleine video hat euch gut gefallen und wenn ja dann gebt doch bitte den video einen daumen hoch und wenn ihr sagt ja der kanal ist eigentlich ganz gut vielleicht wollt ihr auch ein abo da da erlassen ihr wisst wir freuen uns über beides und wer lust hat kann uns gerne mal ja auf dem discord server besuchen die links ja dazu findet ihr alle unten in der video beschreibung und natürlich ja nicht nur für die webseite für den twitch kanal sondern selbstverständlich auch einen gültigen einladelink zum discord und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten tag und ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal ja nur für den fall dass sich einer fragt was ist mit der himbeere passiert wo ist die hingekommen klar leute die habe ich dann sofort gegessen so